Gehen Sie auf Entdeckungstour mit urlaubsreich-aktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz. Auf urlaubsreich-aktiv.de finden Sie die schönsten Rad- und Wandertouren vom Spreewald bis ins Seenland. Ob sehenswertes oder Freizeitspaß, Tipps entlang der Strecke führen Sie zu interessanten Orten. Mit der kostenfreien urlaubsreich-aktiv.de-App haben Sie alle wichtigen Infos zur Tour auf dem Smartphone immer dabei. Mit dem praktischen Faltplan zum Ausdrucken können Sie auch alle Touren ohne Smartphone erkunden. Radfahren und Wandern in der Lausitz? Natürlich mit urlaubsreich-aktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz.